Der Streit der Adventskerzen In diesem Jahr hatten die Kerzen am Adventskranz einen Bödenstreit. Jede nämlich wollte ihr Licht für das Weihnachtsfest aufsparen. Nein, schimpfte die erste Kerze, ich bin doch nicht dämlich und brenne alleine vor mich hin, während ihr euer Licht für das Weihnachtsfest aufbewahrt. Da keifte die zweite Kerze los, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also, ich werde auch nicht die erste sein, klar? Hoha, höhnte die dritte Kerze, aber wer bitte soll die Dumme sein? Ich kenne auch ein Sprichwort, die letzten werden die ersten sein, heißt es. Also vierte Kerze, du bekommst den Vortritt. Davon aber wollte die vierte Kerze nichts wissen. Ihr denkt, die letzten beißen die Hunde? Oh nein, eure Sprichworte könnt ihr euch an den Hut stecken. Und so stritten die vier Kerzen und stritten und stritten. Nachgeben wollte keine. Da kam ein Kind ins Zimmer. Es nahm ein Streichholz und zündete alle vier Kerzen auf einmal an. Die Kerzen heulten vor Schreck auf. Doch dann hielten sie doch alle still und funkelten feierlich. Mit ihrem hellen Licht tauchten sie das Zimmer in einen wohlig warmen Lichtschein. Schön, rief das Kind und klatschte vor Freude in die Hände. Alle Kerzen sollen brennen. Jeden Tag ein kleines bisschen. Die Kerzen schämten sich. Der Klügere gibt nach, murmelte die erste Kerze und die anderen nickten, obwohl sie von Sprichwörtern eigentlich die Nase voll hatten.